Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play White Lands Ghosts World Coon oder andersrum. Wir haben letztes Mal hier ein bisschen die Story weiter gemacht und ja ich habe mich verschossen also habe einen Sniper in seinen Turm nicht bekommen. Ich habe alle zu hoch gezielt glaube ich. Naja auf jeden Fall haben die uns dann entdeckt und ja war alles nicht ganz und gar nicht. Hey unser Helikopter ist hier weg. Na toll und oh man super. Ich habe hier die Hälfte schon eingefangen. Das ist ja scheiße. Ja voll blöd. Aber der ist immer noch tot ne. Der ist da drin immer noch. Gut. Also die die wir getötet haben sind immer noch tot. Das ist doch schon mal was. So. Hm. Hab noch einen Tango. Äh. Wieder zu weit weg. Oh wow. Ich sehe El Pazolero. Denk dran wir brauchen ihn lebend. Igitt. Gut. Also wir werden auf jeden Fall hier alles aufrollen. Bevor wir zu ihm gehen. Genau das war er. Den habe ich nicht gewischt. Hm. Hier sind alle in den Zimmern drin. Das kann ich nicht gut erkennen. Ja. Hier ist Ziel Nummer 5. Markiere Feind. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ey Sniper auf dem Dach. Mhm. Wir sind bei 15. Ok. So. Dann machen wir die mal aus. Hab den Alarm ausgeschaltet. Machen wir den mal aus. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Äh. Nein. Das war. Ich bin aus Versehen ans Rädchen gekommen. Ähm. Gut. Hm. Hab ich den auch schon? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr ganz genau wen ich jetzt alles ausgeschaltet habe und wen nicht. Aber das sieht ziemlich leer aus. Ah ne. Ah ja ja ja. Das war der der die ganze Zeit zur Seite gegangen ist. Ja ja ja. I remember. I remember. Ich sehe einen Hauptmann. Ah. Einen brauche ich da noch. Einer ist hier noch. Wahrscheinlich hinter der Wand. Oh. 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 Weg da. Ja. Da ist der Saubeer. Okay. 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 Lauf hier mit dem Sniper können wir dieses Mal nicht machen weil die sind alle zusammengefährlich. das ist ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen blöd. Ein bisschen blöd. Wir können natürlich versuchen, hier einfach so reinzugehen, ne? Also quasi den einfach so abzufangen. Und, äh, ja, das, das, hier oben ist es halt richtig gefährlich. Ähm. Warte, ich, äh, benutze noch mal die Drohne, damit wir jeden haben. Weil da kommt nämlich noch ein paar. Da ist einer, da drüben ist einer. Ich würde behaupten, hier drin. Oh, da drüben, okay. Hier sind die zwei. Es gibt Alarm. Ah, ein Alarm ist immer noch aktiv. Diese Reichweite. Bist du noch drin? Ja. Ich glaube, jetzt haben wir alle. Äh, ja. Gut. Jetzt haben wir alle. Hm. Hier drüben ist der Narko. Oh. Vielleicht er läuft's aber dann, oh, ho, ho. Vielleicht er läuft's aber wirklich dann darauf hinaus. Dass, äh, ich nur paar töten muss. Oder darf. Oh, 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 oh. Und, äh, der Rest wird, äh. Da ist ein Sicario. Sag mir wo. Um den Parkplatz herum. Danke. Ähm. Genau. Also, die da oben, ich, ich, äh, könnte die am Schluss noch abholen, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Wieso blinkt der? Wieso blinkt der? Und wieso kommt der jetzt her? Ich versteck ihn mal. Okay, er kommt doch nicht her. Aber wie zu blinkt der? So, ich, äh, mach den mal weg. Das war der letzte Alarm. Das war der letzte Alarm. Aus der Luft kriegen die keine Verstärkung mehr. Zurück, bevor sie dich entdecken. Wer? Wieso blinken die? Was macht der? Ich will ja noch mal schauen. Ach, der, der chillt schon da drin, oder was? Die Gefahr ist halt, wenn, wenn wir da reingehen und der Alarm schlägt. Dann haben wir ein riesen Problem. Ja, ich würde sagen, das machen wir dann, wenn's soweit ist. Der ist jetzt, äh, vorne reingegangen, äh, da sieht er uns halt gleich, ne? Ich versuch mal hinten rein zu gehen. Manos arriba, zeig mir deine Hände! Hola, señores! Ihr seid größer als die üblichen Botten! Wey! Que pedo! Ya dos chingaron! Mierda! Alter, ist das widerlich! Alter, ist das! Alter! Äh! Iiiiih! Kann ich den nochmal kurz freilassen? Iiiiih! Iiiiih! Ja, meine Mutter! Hier ist er! Na? 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 Mir geht es gut! Nein, Ramon! Dir geht es nicht gut! Ich bin deine Mutter! Du Madre! Lüge mich nicht an! Ma! Du weißt! Du weißt! Du weißt, es hat mein Leben verändert! Carajo! Ich tue, was ich kann, um nicht daran zu denken! Aber, aber die Bastarde! Esos ihr Puttas mal! Ich helfe, mein Land zu zerstören und mein Volk zu töten! Cariño! Du arbeitest nur für sie! Hörst du, Ramon! Tu dir das nicht weiter an, Chiquito! Du bist ein Held! Du bist ein Held! Ein Überlebender! Du tust das zum Schutz des Volkes! Held? Soy un traidor! Ich betrüge mein Volk! Sie halten Bolivien als Geisel! Ich helfe, Leute zu beschaffen, Sikarios zu rekrutieren und zwölfjährige als Kanonfutter zu benutzen! Es geht nicht mehr! Es geht nicht! Es geht nicht! Ich kann mich nicht mehr im Spiegel anziehen! Ich bin ein Mörder! Nein, Ramon! Hör zu! Du bist kein Mörder! Sie, ja! Aber du beschützt damit deine Familie! Ähm... Alter, was ist das denn für eine Mutter? Alter! Alter! Der Kleine, also, sie... Ähm... Alter, wie... Wie... Alter! Gibt's hier ein Helikopter? Also da oben, ja... Ich könnte ja mit dem zusammen da hochklettern. Was gibt's hier für eine Waffe? Ähm... 4... Äh... Naja, wenigstens hatte er Schuldgefühle. Aber... Aber er wollte ja auch aufhören. Puh... Nein, ich weiß nicht so recht. Äh... Vor allem die Mutter, hallo? Äh... Klar, äh... Er wurde anscheinend, äh... Bedroht, dass... Äh... Was seid ihr so böse? Es ist euch trabajando! Ich mach nur meinen Job! Mann, der hat sie doch nicht alle! Schwarz egal. Wir gehen weiter zum Sammelpunkt. Dann übernimmt Bowmen. Ähm... Das... Das krasse ist halt... Seid gut, als ihr kommt. Ja... Ähm... Bin ich wieder dran? Ne, also das... Das krasse ist halt, dass... Ähm... Er... Äh... Dass er... Seine Mutter ihn quasi noch... Dazu... Äh... Bewegt hat, beziehungsweise unterstützt hat. Äh... Äh... Mh... Komm ihr da irgendwie hoch? Ich will zum Helikopter. Da kommen wir... Nicht ruhig... Vielleicht... Äh... Doch! Gut. Und dann der Helikopter. Weh, der ist weg. Mierda! Agora sei ja... Madres! Da ist er... Sehr schön. Sehr schön geparkt. Sehr schön... Doch! Nein! Uiuiui! Nicht, dass wir uns wieder festbacken. Backen. Ja, das lief doch ganz gut. Wir hatten zwar nur ein... Also ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, aber... Es hat geklappt. So... So... Hm... Ich bin mal gespannt, was die jetzt mit dem machen. Wahrscheinlich wieder ein Deal. Oh ja. Die kommen wir. Wie geht es? Jetzt habe ich es geschafft. Madres! Inigo Morales, ein Bezirksrichter, auf dem Weg von der Arbeit verschwunden. Octavio Rodriguez, ein junger Aktivist. Von einer Gang bewaffneter Männer vor einer Bar entführt. Spurlos verschwunden. Mirabel Castro, eine Lehrerin. Wurde zuletzt an einem Unidad-Kontrollpunkt gesehen. An sie erinnere ich mich. Sie hatte wunderschöne Haut, so wie ein Engel. In der Akte hier sind noch tausend andere Opfer, du krankes Schwein, nur aus diesem Jahr. Jeder einzelne hatte eine Familie, die vor Trauer verrückt wird, weil sie zerstört wurde. Sie waren schon tot, was hätte ich denn tun sollen? Mir das glaubt, er ist im Kopf noch ein Kind. Vermutlich hat er keinen Plan, was sie meinen. Dann hat er besser ein verdammt gutes Gedächtnis. Ich will den Namen jeder einzelnen Person, die Sie in so ein verficktes Fass gesteckt haben. Scheißegal, wie lange es dauert. Verstanden? Ja? Okay. Und dann bringen Sie mich zurück, ja? Ich muss weiterarbeiten. Ich muss weiterarbeiten. Ich kann mit Dummheit umgehen und mit Grausamkeit, aber beides zusammen, das geht nicht. Er ist nicht wirklich dumm, nur emotional inkompetent. Er hat nicht gelernt, wie man mit dem Tod umgeht. Also ist sein Gehirn kaputt? Er ist dissoziativ. Exakt. Meine Kinder dürfen keine Ameisen mehr verbrennen. Ameisen verabrennen ist sowieso... Der Plagers Antwort auf die Angriffe bewies sein mangelndes Verständnis, dass die Hauptaufgabe eines Drogenkartells darin besteht, Geld zu verdienen. Was treibt dein Vater so? Er ist ein Elgon. Ein Informant? Si. Er hat seinen Job nicht gemacht, oder? Ich weiß nicht. Das Töten Unschuldiger hilft einem nicht. Ganz im Gegenteil. Es vergrault die Leute, die man am nötigsten braucht und treibt sie dem Feind in die Arme. Wer ist wirklich dein Bruder? Du Karnal? Der Mann, mit dem du gekämpft und geblutet hast und reich geworden bist? Oder ein Typ, dessen Mutter dein Vater gefickt hat? La Plaga hat übertrieben. Du weißt, was du tun musst. Ich hielt es nur für fair, La Plaga seinem großen Bruder zu überlassen. El Mudo würde schnell und gnädig sein. Anders als La Plaga in den Videos. Ich bin nicht meines Bruders Hüter. Das ist das Wort Gottes. Na, lauf. El Mudo entschied sich gegen das Wort Gottes. Ja. Gut. Du bist das Wort Gottes. Ja. Ah Gott. Gut. Also. Jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal relativ viel. Gut. Dann. Hm. M4A1 Tactical. M4A1 Tactical. Das ist ganz geil. Vor allem mit Schalldämpfer. Hier, ne? Das ist die. Oder? Ja. Glaub schon. Der. Der. Ja. Gut. Dann fliege ich mal nach da unten. Ich fliege. Suenio hat El Mudo beauftragt, La Plaga auszuschalten. Aber statt seinen kleinen Bruder zu töten, versucht El Mudo jetzt, ihn aus dem Land zu schmuggeln. Also wendet sich Suenios rechte Hand gegen ihn. Noch besser. Wir wissen, wo La Plaga ist. Bring es zu Ende. Ich bin die Hinrichtungsvideos light. Das wird ein Vergnügen. La Plaga. Ja. Zuerst machen wir das. Zuerst ist das da. Gut. Dann. Warte. Aufs Reis. Maus. 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 So. Dann, da fliegen wir dann das nächste Mal hin. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Zunächst mal in der Tschüss. Bis zum nächsten Mal hin. Bis zum nächsten Mal in der Tschüss. Bis zum nächsten Mal.